Die versuchte Entmündigung der Menschen? Weißt du, was ich total spannend finde zu beobachten? Wie in den letzten Jahren immer mehr und auch immer stärker versucht wird, die Menschen von sich selber wegzuziehen. Die Menschen wegzuziehen von Gott. Die Menschen wegzuziehen von dieser fröhlichen, lebendigen Energie, die jetzt hier ist. Es wird versucht, die Menschen wegzuziehen von dem Vertrauen zu sich selbst. Es wird versucht, uns davon wegzuziehen, dass wir selbst sehr genau wissen, was gut ist für uns und was nicht. Es wird versucht, uns davon wegzuziehen, dass wir fröhlich sind, dass wir im Vertrauen sind, dass wir die Welt mit leuchtenden Augen betrachten, so mit Pixaduba in unserem Herzen. Denn die Aufmerksamkeit soll immer nur im Außen liegen. Sieht mein Leben nach außen gut aus? Nicht fühlt sich das für mich gut an? Was sagen Stars und Sternchen zu dem Thema, was aktuell ist? Ich meine nicht, dass die unbedingt qualifiziert werden. Aber immerhin, die sind ja berühmt. Und darum sollte man natürlich auf die hören. Ganz klar, logisch. Ja. Wie geht es mir denn? Du, ich weiß gar nicht. Ich schaue mal auf meine Health-App. Wie habe ich geschlafen? Keine Ahnung. Ich schaue mal auf meine Tracker-Uhr. Verstehe mich richtig. Elektronische Helfer haben in bestimmten Bereichen durchaus ihren Platz. Ganz klar. Doch elektronische Helfer sind niemals ein Ersatz dafür, dass wir in Kontakt mit uns selbst sind. Und wenn wir uns das mal so anschauen, dann bekommt man den Eindruck, dass alle wichtigen Bereiche am besten eben nicht mehr selbst durchdacht werden sollen, sondern man soll sich eine schöne, vorgefertigte Meinung aus den Massenmedien holen, die schön vorgekaut ist und genau immer zu dem passt, wo es so angeblich hingehen soll. Ich bin der Meinung, wenn wir uns eine Meinung bilden wollen, dann dürfen wir uns alle Seiten anschauen. Wir dürfen uns die Information, wenn das geht, aus der Quelle holen. Und nicht schon was 17 Mal Aufbereitetes, wo jeder so das Ding mit reintut, wo er meint, was wichtig wäre und wo es vielleicht hingehen soll und wo man Leute beeinflussen kann und so weiter. Ich bin dafür, dass wir das für und wieder selbst abwägen. Dass wir uns unsere eigene Meinung machen. Und dass wir auch wirklich mal nachfühlen. Passt das zu mir? Und wenn mir irgendwas angetragen wird, sehe ich das auch so? Oder habe ich vielleicht sogar eine differenziertere Meinung dazu? Sehe ich alles nicht nur schwarz-weiß, so zack-zack, sondern vielleicht ist meine Meinung differenzierter? Oder ich habe sogar eine ganz andere Meinung? Ich weiß, wir werden angehalten, unsere Sicherheit immer im Außen zu suchen, statt in uns selber reinzuschauen. Denn Fragen werden von unserem Smartphone beantwortet. Nicht von anderen Menschen und auch nicht von uns selbst. Wenn wir uns eine Frage stellen, ist der erste Impuls immer, ah, ich gebe das mal in die Suchmaschine ein. Was wäre denn, wenn wir als erstes nach innen gehen würden? Und unsere eigene innere Weisheit anzapfen würden? Unsere eigene innere Suchmaschine mal fragen würden? Denn, wenn wir wirklich den Unterschied in der Welt machen wollen, für den wir hier sind, dann dürfen wir uns unser Leben zurückholen. Wir dürfen uns unser Denken und unser Fühlen zurückholen. Wir dürfen wieder nach innen gehen. Nach innen schauen, nach innen horchen, nach innen fühlen. Wie geht es mir denn heute? Und dann einfach nur mal fühlen. Was brauche ich heute wirklich? Und einfach nur mal fühlen. Und nicht immer nur darauf hören, was mein Smartphone mir sagt, was ich heute zu brauchen habe. Wir dürfen uns fragen, wie kann ich mich heute wieder mit der Quelle verbinden? Wie kann ich mich heute mit der einen Energie verbinden? Wie kann ich mich heute, wie kann ich mich jetzt mit Gott verbinden? Und die Antworten auf diese Fragen finden wir immer in uns selbst. Die kann uns keiner vorkauen. Dafür dürfen wir unsere eigene innere Weisheit befragen. Unsere eigene innere Suchmaschine, die übrigens so viel mehr über all das hier weiß. Und das heißt auch, wir dürfen uns freimachen von dieser freiwilligen Versklavung, auf die wir uns da so eingelassen haben, durch die kleinen und großen Bildschirme, auf die wir den ganzen Tag freiwillig starren. Diese kleinen Bildschirme, die wir mit uns rumtragen und dann die Welt gar nicht mehr wahrnehmen. Ich meine, Menschen laufen vor Laternenpfähle, weil sie einfach die Welt nicht mehr wahrnehmen, weil sie in diesem kleinen Bildschirm da gefangen sind. Und wir dürfen uns freimachen von dieser freiwilligen Versklavung. Wir müssen da nicht hingucken. Wir dürfen dieses Handy auch mal ausmachen. Auch wenn es eine krasse neue Idee ist. Alle diese Handys haben so einen Knopf. Wenn man da draufdrückt, dann geht das aus. Und dann ist Ruhe. Dann kommen eben nicht 17.000 Pling, 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 Pling in die Minute rein. Und jetzt musst du dies und jetzt musst du das. Und guck mal auf Instagram, wie toll die wieder alle aussehen. Und was die schon wieder alles erreicht haben und so. Und außerdem sagt deine Health-App, du bist heute nur 9.300 Schritte gelaufen. Und keine 10.000 hast voll versagt und so. Sondern dann ist einfach Ruhe. Und dann können wir auch mal wieder in uns reinfühlen, in uns reinhorchen, in uns rein spüren. Um mal in Kontakt zu kommen mit dieser viel größeren Weisheit. Die viel mehr weiß, als all äußerlicher Input uns jemals sagen werden können wird. Unsere innere Weisheit ist so viel tiefer. Und wir dürfen ihr vertrauen. Wir dürfen wieder in Kontakt kommen mit uns selbst. Mit unserem Herzen. Mit unserer eigenen wunderschönen Energie. Und wir dürfen uns auch klar machen, dass wir auch nicht auf alles reagieren müssen. Was uns die Handys und die Fernseher da so den ganzen Tag antragen. Vielleicht wäre es sowieso eine coole Idee, die Glotze einfach mal rauszuwerfen. Fernseher raus. Braucht kein Mensch. Und Handy kann man auch mal anmachen, wenn man es braucht. Ja. Aber wir brauchen nicht den ganzen Tag da draufstarren, damit unser Handy uns sagt, wie wir zu leben haben. Das dürfen wir selber wissen. Und wir dürfen uns selber fragen. Und wir dürfen auch die Verantwortung für das übernehmen, was in unserem Leben passiert. Wir dürfen wieder in unsere eigene Macht kommen, in unsere eigene Kraft. Denn wir alle haben so viele wunderschöne und bunte Ideen, die alle ausgelebt werden wollen. In dir sind so viele Träume, die wahrgemacht werden wollen. Und weißt du was? Du hast diese Träume bekommen, damit du sie wahrmachst. Und du hast auch alles in dir, was du brauchst, um zu lernen, um diese Träume wahrzumachen. Denn wir bekommen keinen Traum mit, für den wir nicht auch das Potenzial haben, ihn wahrzumachen. Wir alle haben so viel Weisheit, so viel Unfug, so viel Fröhlichkeit, so viel Söhnchen in uns. Und all das wartet darauf, geduldig jeden Tag, dass wir wieder zurückkommen zu uns selber. Dass wir das Leben wieder mit Staunen betrachten. Dass wir uns wieder mit Gott verbinden. Dass wir uns wieder mit der Liebe in uns verbinden, die gelebt werden will. Und zwar nicht, wenn ich erstmal alle Nachrichten auf dem Handy geguckt habe oder alle Serien auf allen Netflixen oder so. Sondern zuerst. Denn es ist in uns so viel Lebensenergie, so viel Freude, so viel Pixaduba, dass wir jetzt hier heute, diesen Tag, jetzt hier heute zu einem wunderschönen, liebevollen, großartigen Abenteuer machen können. Jetzt!